Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Tim, das ist Mini und wir haben wieder ordentlich Hunger mitgebracht. Wir waren überall auf der Suche, auf den Bergen, in den Tälern, Flüsse, Wälder haben wir durchkämmt und wir haben sie gefunden, die geheimnisvolle Buschkartoffel. Buschi, gib sie uns. Jawohl. Danke. Und was wir damit heute anstellen und wie wir die verarbeiten, seht ihr in unserem Video. Viel Spaß und guten Hunger. Bis gleich. Okay. 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 richtig heiß ist. Hier ist geil! Und los geht's! Kartoffeln sind durch, das heißt, jetzt geht's ans Schnippeln. Wir haben dafür zwei Zwiebeln, paar kleine Tomaten und ein bisschen Speck für unsere Pfanne. Winnie, ich würd sagen, da ich koche und der Mann des Feuers bin, dafür schnippel ich. Ey Günther, Finger weg! Du hast Raschen. Hier! Um zu kontrollieren, ob das Öl heiß genug ist, gibt's einen kleinen Trick. Ihr nehmt einfach den Löffel, haltet den ins Öl und wenn ihr diese kleinen Blasen seht, wisst ihr, das Öl ist bereit. Musik 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 Juhu, Testportion! Musik Geht ab! Musik So kleine Maus, wie schmeckt's? Gut! Gut! Super! High Five! Abspannend! Oh! 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 Hm! Also! Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren! Karbonal! Den Karbonal! Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, drückt die Glocke, wir würden uns über ein Like freuen und ein paar Kommentare. Bis dahin! Auf unserem Kanal! Mister Science Squatch! Busch Squatch! Danke! Mister Busch Squatch! Bis dahin! Ciao! Ciao! Ciao!